Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen geht es in den Urlaub und wie ihr seht, oben auf den Kopf könnte man auch noch ein bisschen was ändern. Ja, bei dir auch. Deswegen geht es jetzt erstmal in den Barber-Shop. So, jetzt sind wir anständig gestylt. Du auch, ne? Ja. Dann kann der Urlaub kommen, kann Mallorca kommen, da kann die AIDA kommen. Morgen geht es los.